Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu den Server News Part 2. Mittlerweile hat sich hier recht viel getan in der Airfire-Welt. Sie wird bald geöffnet. Wir müssen noch die Mauer fertig bauen und hier noch ein paar Wohnhäuser bauen im Roten Reich. Beim Blauen Reich müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Und wir haben zwei Dungeons geplant in dieser Zone. Okay, in einer Nebenzone, beide Nebenzonen. Nämlich hier hinter der Mauer ist die erste vom Roten Reich. Hier, da habe ich mal angefangen. Hier werde ich dann einen Jumpman nach oben machen und hier auch wieder. Hier nach oben. Und dann ist oben dann der Dungeon-Turm oder so, was es wird. Das gleiche hier auf der anderen Seite. Hinter diesem Rathaus. Das Ding, wenn mir ein bisschen kacke aussieht, muss ich noch ein bisschen verändern. Okay, das Dach könnte den Unterschied ausmachen. Müssen wir mal schauen. Hier, beim Glowstone-Ding werde ich irgendwas reinbauen. Und das ist dann der Dungeon, das Blaues reicht. Und im Dungeon, wenn ihr den komplett macht, bekommt ihr einen kleinen Buff. Dann seid ihr stärker im Krieg gegen das Rote oder Blaue Reich. Je nachdem, in welchem Reich ihr seid. So, in der Bauwelt gibt es etwas Neues, Cooles. Und zwar, dafür müsste ich mich porten. Okay, es ist recht weit weg. Ich werde es dann im Anschluss noch zeigen. Werde ich dorthin fliegen. Auf den, nicht im Video. Und zwar ist es ein Rollenspiel, ein Rollenspiel-Dorf, wo jeder seine Tagesbeschäftigung machen muss und so. Zum Beispiel muss einer fürs Essen sorgen, also zum Beispiel Weizen abbauen. Der Nächste baut dann eine Mühle und in der Mühle malt er das Getreide und schickt es dem Bäcker. Und der Bäcker macht Brot daraus. Und zwar machen wir das so, dass das Weizen, die Weizenkörner, das Getreide ist. Und das Getreide geht zur Mühle, dann wird es zu Weizen und das Weizen wird zum Brot in der Bäckerei. Dann machen wir zum Beispiel eine Taverne oder so, wo einer halt normale Tränke macht, die er vom Brunnen bekommt. Und dann machen wir das so, dass zum Beispiel im Brunnen normales Wasser in Flaschen zum Gärenbrauen gebracht wird. Und der Brauer macht das Wasser zu sprudelndem Wasser. Ich weiss jetzt nicht, wo es ist, aber eben das, was man dann mit dem Ding macht, mit dem Netto-Ding. Warze. Und ja, dann hat jeder so eine richtige Beschäftigung und ist dann auch in einem neuen Rang als Rollenspieler oder so. Und ja, so haben wir recht viel Spaß dann. Und mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Dann machen wir natürlich mehr Zonen als... Und ja, so hier bauen wir ein Gefängnis. Das Gefängnis ist, wie es das wahrscheinlich schon von anderen Servern ist dazu da, einfach, dass die Leute es nicht übertreiben. Viele Probleme auf den Servern, auf anderen Servern gibt es einfach, dass die Leute die Buns oder die Kicks nicht ernst nehmen. Denn hier werden die Leute, die sich falsch benehmen, werden hier eingesperrt als NPC oder auch als Spieler. Also ihr landet dann immer hier, wenn ihr Spieler seid und habt keine Dinge mehr, bis ihr dann entbannt seid. Das ist jetzt nicht zu einem zum Spotten oder so. Das ist einfach zum Zeigen. Einer wurde gebannt und es wird euch gleich so ergeben, wenn ihr auch etwas Problem macht hier auf dem Servern. So, ich sage noch ein herzliches Willkommen an die neuen Spieler. Ich weiß ja den Namen nicht genau jetzt gerade. Ich kann kurz... Der Brotzocker, hallo und herzlich willkommen auf dem Server. Und noch einen anderen, den ich den Namen nicht weiß. Hier haben wir einen Friedhof-Ding, weil manche Tiere irgendwie, die spawnen oder so. Das ist ein bisschen problematisch, aber wir machen das dann mit einem Plugin in den Griff. Und ein Pad-Plugin kommt auch bald. Da kann man dann Tiere zähmen, dass es dann euch gehört, dass ihr es danach wiederbeleben könnt. Und ja, dann Spaß habt. So, jetzt ist wichtig, wir gehen in die PVP-Welt. Dazu müssen wir ins Portal rein. Komm, kann man nicht schneller fliegen. Ich muss mal Speed angeben, sonst... Da habe ich eben keine Game-Mode, weil es eben... Dort hat niemand Game-Mode. Das ist frei Survival PvP. Als würdet ihr irgendwo auf Faro oder so spielen und gegen andere kämpfen. Und wir machen es so, dass das Portal sich immer im Standort wechselt, aber ihr natürlich immer die Basis oder so... Ja, müsst einfach dort dann einen Home... Wir machen, dass es einen Home gibt und dass ihr dann immer wieder zur Basis zurückkommt. Aber sonst nicht. Und das ist dann mit Verzögerung. Das wird dann ungefähr 5 Sekunden dauern, bis ihr teleportieren könnt. Es ist schon recht viel hier gemacht worden, der Schein trügt. Weil natürlich alle im Untergrund ihre Basis aufmachen. Und so weiter. Wir gehen mal hier rein. Nö, ist nichts hier. Okay, ich denke, die Leute wissen, wie sie im PvP sich schützen können. Am Clans könnt ihr auch gründen, aber es wird nicht offiziell sein. Und wir tun überhaupt keine Garantie oder so etwas. Geben. Wenn ihr vom Clans betrogen werdet oder sonst irgendwas. Das machen wir nicht. So, eben. Die RVR-Web geht bald auf. Und man stirbt sofort. Nun gut. Bin durch das RVR-Vorteil gegangen. Und sofort gestorben. So. Gut. Ja, da mache ich mal ein Hinweis-Schild hin. Sonst wird noch mehr sterben. Aber immerhin verliert man nicht die Items. Weil die Items getrennt sind. Also nur die RVR-Items. Aber die werden sowieso dann nicht den Flur gegangen. Achtung. Man stirbt nicht durchgehen. Drago. So. Also das war es mit den Drago-Servor-News. Und ja, wenn sich wieder etwas tut, kommt der neue Server-News. Und ja, danke schön für's Schauen. Tschüss, Leute.